Musik Ich fahr schon extra tagsüber mit Licht. Ich versuch zu hupen, ich schrei aus dem Fenster. Ich kurbel das Fenster runter, schlag von außen gegen die Wagentür. Ich spiel Public Enemy in voller Lautstärke. Ich schicke Gebete zum heiligen Franziskus Christoph aus, weiß der Geier. Ich tue wirklich alles, was man tun kann und trotzdem rase ich pro Woche in mindestens ein Reh. 13 Rehe habe ich. Schön für dich, ja. Es war viel einfacher, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Ich meine, eine Beziehung oder heiraten oder so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Oder dass du dich drum kümmern musst. Du brauchst auch den Ausgang der Schwangerschaft nicht abwarten. Ich meine, Befruchtung, das wäre dann auch schon alles. Ich? Du willst nicht. Doch, doch. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, mich zu danken. Ja, warum gerade ich? Ich meine, wie oft sind wir uns begegnet? Ja, aber das ist doch der springende Punkt. Flecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. 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 Untertitelung des ZDF, 2020